hallo und herzlich willkommen zum rückblick vom april 2016 im letzten video kam im letzten monat kamen dann 13 videos das video war ein rückblick dann ein film ausflug nach hofoneil am 31 dritten dann ein supermache prosu part ein pokémon platin part zwei flocks einer nach einen auszug nach tübingen und einmal stadion besuch vom fc ausbogen gegen vfb zweimal bad wars einmal mit babbel type und einmal mit disco pongo und drei intros das 200 abonnenten special und ein info video in diesem monat möchte ich dann auch noch mal weiter so aktiv machen ich will 3d land beenden das ist das kommt dann auch direkt bald online und ich werde lsmw und supermache galaxy 2 pokémon und so fortführen und will supermache 3d land und dann ein neues projekt beginnen und wir gucken mal wie es noch läuft und wir sehen uns dann in den nächsten videos noch mal ich bedanke mich sehr fürs zuschauen und wünsche euch noch einen schönen tag tschüss bis zum nächsten Mal